Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite Battle Royale Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite Battle Royale Heute war der Squad zusammen mit dem Pinkes Blau Ding der erst angefangen hat Fortnite zu spielen und äh Kyrelino, Alka-Akyrel und Pink oder was und ja ich würde sagen wir sehen uns einfach gleich in der Runde Ich glaub ich glaube er hat mich gemutet Hatte ich auch Scheiße Ist ja immer so krass Ich sag Halleluja Obwohl ich hab jetzt eigentlich Ihr müsst jetzt einfach alle sterben Ihr müsst alle sterben Ich hab ne Tactical und Clear Retail mal wieder und mach den so nur was ist Quotin Genau Vorher lief ich Oh Joost, ich verrecke Wer ist hier einfach Jungs, ich sterbe Ich auch Hab ihn! Ha! Lappen! Gass auf, da kommt noch einer rein Ich komm mal zu euch Alter Habt ihr auch immer so komische Geräusche ab und zu? Nein, ey, bei mir sind so viele Leute weil mir das rum ist Kyrelino Ich komme Hab zwei Leute genockt Nice Was? Fisch mich Kein einer zu mir Kein einer zu mir Jungs, ich hab die Karte gefunden von Reed Wo? Wo ist sie? Wo ist sie? Sag, du hast keine Waffe Ah Logisch, ehrlich, ich hab keinen hier Nein, nein, ich sag, ich hab mit Tim gesprochen Ich hab jetzt alles nicht Ich hab jetzt alles nicht Ich hab die gesehen, ne? Das ist ein Wusterhase Wo sind die? Der war, ja, ich weiß Du halt eben Und dann sind... Hoh 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 Okay, ich komm mal mit dir Oh nein, das ist noch ne äh Shotgun drin Kannst du dir die holen? Weil ich hab das Slap für dich Kommt noch ne andere Ahnung Ich bin halt ein bisschen Ja, oh Alter, die kommen jetzt 109... 109... Da ist er! 109... Ich bin inkompetent Das fuck Hab nen Header Hab einen Oh fuck Ich hab den... Den einen hab ich den 60er Header gegeben Ich komm mal zu euch Ah Ey Ist mal wieder lächerlich Wo ist der? Der kommt, der guckt euch jetzt Ja Hab ihn, hab ihn H-Hilf mir hoch H-Hilf mir hoch Ich war eh Oh mein Gott Oh joh Zum Glück, wo hat der... Hat der nicht Vor Wo liegen noch Bandagen? Er ist jetzt oben Glaube ich Achten Schaden auf Nahkopf Serious Hab ihn Oh, hat der ne Ska Halt noch 15 HP Ja, wir suchen dir hier H-Hilf mir hoch 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 Das war ein paar Schuss Ich hab äh noch 12 Komm mal her Ah, gut er pusht Gut das Jetzt bitte Keine Alleingänge Hier Gib mir die Munition, gib mir die Munition Ja komm hol 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 Komm Ja warte Warte Ja warte 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 Ich mache mir Sorgen Ich auch Du bist wieder der Erste der stirbt Nein Ich bin der Erste Hab einen gefinished Hab beide hat 80 war so jung ich habe 250 braucht einer armonie spaß die alter auch einer brauche einer noch ein bisschen armonie ich kann so 40 abgeben hat eine bestes liegt ja noch eine bessere jetzt ich würde jetzt gerne ja ich bin da ich bin da ich war fast runtergelaufen daneben hier gehen wir eigentlich in irgendeinen baum nein wir gehen den kein baum wir gehen da auf den berg bei 255 keine ahnung wo aber ich habe schlüsse vor der schießt auf mich einfach aus ich habe keine ahnung von wo einfach jeder sich seinen eigenen zauern kaputt schießen habe ein 23 erhit alter mann keine poste eine brust ab wir müssen jetzt musik ich glaube ich wo ist er er pusht ich frage mich nur grad von wo wo unter uns da Achtung der schießt aaaah ich werde natürlich geschehen was ich hab hab ich hab ich hab ich hab das ja komm 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 kommt niemals so weit oder? ja jak alter die find safe ich kann nicht bearbeiten er pusht jetzt rechts Ey, Jungs! Ey, warum krieg ich eigentlich immer den Hit? Ich krieg einen 100er-Hit! Einfach so random! Ich weiß doch nicht was von... Boah, Jungs! Was ist das denn hier jetzt? Mir sei runtergefallen! Einer ist irgendwie tot, gell? Von wem? Wie jetzt? Ja, ich glaub einer ist tot. Ich eier mir gerade den Weg irgendwie. Ihr werdet solche Fahrt und Freunde sind. Ja! Wo ist? Ey, warum krieg ich von überall hin? Ist doch mal wieder leckerlich! Ist das leckerlich! Ich krieg von überall hin! Ey! Ich krieg ein Bein! Mann, warum denn? Oh mein Gott, ich hatte keine Wand! Ich kann nicht bauen! Ich kann nicht bauen! Ich kann nicht bauen! What the fuck? Zone, Zone! Oh shit! Und die Häckchen unten da! Ne? Da waren welche! Alter, Digga! Was ist das, Alter? Was ist das, Alter? Mann, ich will nur ne Runde, schöne Runde haben, Alter! Ja! Nein! Luis, mach dich ein! Ja, hab ich! Schön! Die kannst du so hart zu leiten werden! Komm! Hilfe, Jan! Ich hab nur noch 207 Metall! Da hinten sind dahin! Er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot! Oh mein Gott! Zum Glück! Jetzt noch! Da haben welche gepusht! Baut einfach so... Da schießt auch einer! Mir geht's... 10 jetzt unser Aufstieg! Einmal liegt die Rocket noch da! Hast du äh... Raketen? Ich hab einen Eierwerfer! Ja! Ich hab... Ich hab ganz viele 18! Oh gut! Soll ich irgendwo hin? Halt! Das ist eine Komunition getrocknet, glaub ich! Nein, hast du nicht, oder? Ne, doch 54! Fuck! Hier, hol dir sie wieder! Ich will ja nichts sagen, aber es wird sich jetzt weg... Sohn, kommt! Sohn, kommt! Sohn, kommt! Ihr müsst schnell raus! Ihr müsst schnell raus! Es gibt 10er-Ticks! Renn! Ja! Hast du noch Material? Komm, komm, komm! Bau, bau, bau! Hier unten, Zone! Ich weiß! Oh mein Gott! Wir dürfen uns nicht einbauen, ne? Alter, fuck! Ich mach ein bisschen Stress! Oh, fuck! Ich bin tot! Oh, Luis! Er pusht dich! Er pusht dich! Er pusht! Er pusht! Er pusht! Oh! Bitte, Luis! Bitte! Oh, fuck! Nein! Oh! Ich... Er hat mir einen Instant-Header gegeben, ey! Egal, was man... So, damit verabschiede ich mich von dieser richtig spannenden Runde. Sie war schon sehr spannend, muss ich sagen. Und ja... Alter Schwede, ey! Schau doch viel vorbei! Äh... Die Spector, aka Kyrelino vorbei! Oh, fuck, ey! Das hätten wir noch gewinnen können! Aber dann hatten wir halt Pech und Zone-Pech! Schau doch bei mir vorbei! Ja! Ja! Schau bei dem auch noch vorbei und tau da rein! Lass ein Like da und Abo und ich bin raus! Ja!